Bereits im September des Jahres 2002 war die Schlüsselübergabe an die Landesklinik Eberswalde zur Nutzung des sanierten Gropiusbau an der Oderberger Straße. So nach und nach vollzog sich der Umzug in die neuen Gebäude. Seither stehen riesige Flächen ungenutzter ehemaliger Klinikgebäude leer. Was zukünftig mit diesen leerstehenden Gebäuden passieren soll, das sollte das Grundstücks- und Vermögensamt des Finanzministeriums in Frankfurt-Oder klären. Da die Behörde aber aufgelöst wurde und die Aufgaben nun vom Liegenschafts- und Bauamt der Finanzverwaltung in Bernau übernommen wurden, gibt es offenbar im Moment noch keine konkreten Pläne für die Nachnutzung. Auf unsere Nachfrage hin gab es lediglich die Auskunft, dass sich die neuen Mitarbeiter bisher noch nicht in die Problematik einarbeiten konnten. Wir bleiben an diesem Thema dran.